Willkommen zurück zum LP von Marisa Land, hier ist wieder euer Michmichboy, wir gehen sofort ins Schloss rein. ... ... ... ... ... Oh, Jenny's gehen hier wirklich einen auf den Sack Hä? Was war das? Ey Geht mal gar nicht Knapp Ey, leck mich doch So, auf ein neues Ja, fail Ey F-Yo Oh, du Mist Hättlichen Jellies Nerven mich langsam Früher fand ich sie cool Jetzt sind sie langsam echt beschissen Hmm Ja, Fail! Gott, ey. Ich werde mich bestimmt wieder feiern, wenn ich nicht das Schloss geschafft habe. Mensch. Endlich die Karotte. Ey, was war das jetzt für ein Mist? Ich kaufe mir jetzt so eine Tee-Tasse. Ja. 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 gerade wo ich springen wollte Mensch so langsam geht mir das ja echt alles auf den Sack Waaah Das war's für heute. Ah! Da war die Bostür. Ich fass es nicht. Vor der Bostür totgegangen. Auf ein neues. Diesmal kriege ich Sinn. Oh, das war knapp. Und wie knapp das war. Ach, die T-Taste völlig umsonst benutzt. Und schon wieder Fail. Das Schloss nervt jetzt schon übelst. Wenn der Schloss schon so scheiße ist, wie scheiße ist dann der Boss. Dann mal los. Dann mal los. Dann mal los. Dann mal los. Dann roh. Oh, oh, oh. Ich wette, ich kacke dann wieder bei diesem Stacheln ab. Und ich hab's doch gesagt. Wieder ein Pilzkauf. Äh, nicht Pilz. T-Tasse. Und die T-Tasse hat mir nichts gebracht. Und der Pilz von eben hat mir auch nichts gebracht. Ja, toll. Richtig beschissen, dieses Schloss. Richtig beschissen, dieses Schloss. Richtig. 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 Der Weg. Richtig. 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 Ey, scheiß Jelly! Lässt dich von etwas einschüchtern, was schwabbelig ist. Was? Ahhhh. Ja, jetzt habe ich es auf einmal geschafft. Ja, muss ich wohl ohne versuchen. Was ist das? 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 Was? 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 NOOOOO!!! Genau vor dem Ziel. Diese Verwandlung ist ja diesmal wirklich scheiße. Ohne kann ich es natürlich nicht schaffen. Warum? Ich bin wieder von Ziel. Warum? Ich bin wieder von Ziel. Was? Das Wasser selbst tötet mich auch. Da ist jemand was sehr scheu. Ach, nochmal. Nehmt nur like, das gar nicht wieder. Endlich! Ich passe es nicht! Man! Endlich! Und sie ist nicht gesprungen! Wieso? Und sie hat doch die Plattform berührt! So langsam bezweifle ich, dass sie alle Pilze zusammenkriegt. So langsam bezweifle ich! Oh nein! Äh, fail. Ja, endlich. Endlich. Ein Glück. Äh, okay. Okay. Oh, 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 okay. Ja! Na geht doch! Sofort Speicher gehen! So, T-Tasse. Speichern. Gut. Sofort Speicher. Fail. Sofort Speicher. Sofort Beichernitner. Ah, das ist doch lächerlich. Richtig lächerlich. Naja, egal. Wir haben das Schloss geschafft und das erste Level von State Shrumpf oder so? Keine Ahnung. Egal, wieder in den nächsten Teil. Ciao Leute und haut rein.